Und HETT! Jawoll, sehr gut. Und den Euro eingesammelt. Und HETT! Sehr schön machen sie das. Zwischendrin das Taschengeld nicht vergessen. Zack! Und HETT! Sehr gut! Und den Euro nicht vergessen. Zack! Mensch! Wer den Pfennig nicht ehrt. Rüber zur Commerzbank. Aber noch lässig abgefangen. Und wieder einen guten Sprung. Prima. Und das ist jetzt der Zielsprung. Und auf jeden Fall ist die Zeit besser als vorher. Sehr schön. Guck mal, noch frei.